oh komm schon komm schon warum ist ja ich niemand irgendwie lebenspunkte fallen ich bräuchte so ein bisschen ich habe relativ viel am anfang verloren und das teil endlich ein bisschen was apropos da ist gar nichts drin noch keine bomben mehr ich weiß noch nicht wie ich irgendwie hier umschalten kann endlich ein bisschen ruhig in den ehren kann niemand verlieren ich bin jetzt auch lang noch gott so viele wege jetzt nach unten gehen wir noch nicht lang ich habe so ein gefühl da geht es wirklich da geht dann der heim hier richtig weiter und hier hinten ist bestimmte sackers mit irgendwas ja mit mit ziemlich viel gegner ich habe wieder irgendwas aufgesammelt komm schon und lebenspunkt lebenspunkt lebenspunkte 5.000 gist stirb komm hier ich habe ich habe doch jetzt echt kommt ihr schon wieder her den fledermaus sparen unten oder was auch nie oder es gibt wirklichen sparen hier zu mir geben sie jede menge oh 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 was haben wir denn hier die karte doppel doppelt 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 zwingen haha ich verstehe was da geht anders ich was haben wir denn hier stein breche busschaden an steinen und mauern ok mystische ausweich chancen aber ein stein brecher eventuell müsste ich ja zum anderen rüber switchen aber zu dem komme ich ja gerade nicht hin und das ist ein grab ein offenes gab ich kann nichts damit machen dass das ist das das wund ich jetzt so ein bisschen ich würde lieben gern was mit dem grab machen ich würde lieben gern den anderen charakter wieder auswählen ich meine sie ist zwar cool aber jetzt ist wahrscheinlich wieder charakter war oder namische beleuchtung oh ja zeit mit der waffen funken zu sprühen oh schade ist genau das gleiche geblieben hallo hallo monster hallo monster wo seid ihr oh gott das sind sie das sind die definitiv komm schon einmal ordentlich gebit schleppen wandeln benutzen einen drachen warum kann ich das nicht nutzen den einen drachen verwandelt werden hallo geht es noch geht es noch geht es noch hallo ich hatte so viele lebenspunkte danke für das gespräch ja safe irgendwie das singen kann ich auch nicht kommen ok 6000 also diese seltene karte haben wir gleich kriegsslager oh 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 was sie oh was was sehen denn da meine euch klein oh ich sehen denn meine euch länder mini karte biegt an der nächsten ecke links ab oh gott oh gott ok die macht das ganze wesentlich einfacher und gegner 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 zurück genug gegner mehr lebenspunkte jetzt zu geben oh ja komm her die nächste film aus bild danke und wir erhalten noch zusätzlich ein stern oder eine karte ein stern von ebola und wir haben schon wieder irgendwas im inventar dazu bekommen ring des glücks fünf prozentige chance auf einen gegenstand den ihr tatsächlich gebrauchen könnt wie und da habe ich jetzt bloß fünf prozent dafür den kann ich auch nicht nutzen was ist eigentlich diese kriegsflaggen hier also dieser flaggen ding erinnert mich jetzt irgendwie an warcraft ich hab hallo ok das warsong lager von srall oh gott das fällt mein ich sollte eventuell mal wieder warcraft 3 zocken die kampagne ist schon ewig hier mehrere opfer wenn euch nach einem amoklauf zumute ist ist muss ich das verstehen mehrere opfer ich hab mich am ring 0,5 verteidigung auf ohren also bei ihr würde ich mir schon Sorgen machen weil ich meine ihre ohren das ist da komm schon da warte mal da da multikill aaaah hehehehehehe ich hab gesehen was du da getan hast komm zeig uns nochmal und hier kill komm ich will wieder multikill haben ja multikill megakill hyperkill plus 10% beutesammlungsgeschwindigkeit knieschützes atrius legende pax armbinde des glücks oh gott so viel liebe steckt hier drin oder schwachsinn oder schwachsinn ich weiß nicht für was ich mich da entscheiden soll hier ist oh 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 hat er da ein multikill wem das nicht sagt er hat noch nie in seinem leben unreal gespielt oder eigentlich irgendeine andere art von eco shooter ich warte immer noch auf dem monster kill und die kann ich immer noch nicht kaputt machen er sagte ich ja eigentlich bis zum prozent schad gegen stein und mauern ich hab noch keine einzige mauer gefunden die ich so zu brechen könnte hallo oh mein gott also wenn ich jetzt kein hyperkill bekomme dann weiß ich auch nicht komm schon mega kill ultra kill monster kill oh gott gott gleich wer braucht die monster kill monster kill rampage tour ah gott kleine würmchen kleine würmchen komm schon gott gleich booyah als einzelnen so kann ich mir jetzt mal kurz anschauen was ich erst bekommen habe heim des zwiedigs topmoderner solarbetriebene helm verleiht sein trigger nachtssicht schutzengel lebt euch mit 20 prozent wieder äh tp wieder wenn ihr von einem von einem eindruck getötet werdet beinschein des tyrannischen gladiators 10 prozent schaden gegen andere spiele diese beinklärung beweist außerdem euren wert ok wahl untersehens stiefel bis 10 auf guerilla attacken wenn der boss einfach zu stark ist wahl wahl war das magiker und schon hier hast du zu bekommen moment schuldestück des lichtbringers plus 3 ritterlichkeit aus dem schick für das 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 kunigte ok moment dann haben wir noch nein nein ich möchte ich möchte die handschuhe haben ah kleinen fingerhut des flammenriesen ponys und moment der klein fingerhut des flammenriesen ponys fragt lieber ja gut ich frage lieber nicht abenteuer geist bisschen draufgängertum ja den braucht ihr auf jeden fall komm her oh oh ich sehe doch ich sehe da bieten ich sehe da bieten ah verdammt ich war doch genau gruppenangriff eins haben wir wieder was bekommen diamantkette des funkelnden klunkers ihr wollt soeben der erste gangster fantasy halten booyaman check it out ein kleiner stern muss man verdammt so oft vor 17 wir haben schon über die hälfte also dann kann ich irgendwie nicht glauben dass ich erst ein viertel hinter mir habe außer natürlich ich bin jetzt oh wait moment ich zocke ja auch schon wieder fast eine stunde ok gut dann das ist natürlich was anderes komm da her oh ich mach ich fertig unaufhaltsam ich habe gerade unterhaltsam gelesen mhm ring der rinderbeherrschung bis 10% schaden gegen kühe man weiß einfach nie wann sich das sich erweißen kann au komm schon jetzt möchte ich wieder voll an lebensenergie wo komm hallo hallo was jetzt jungs 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 leute leute hallo nur noch weit zum schaden und hier würde ich doch gerne jemanden wiederbeleben ich habe doch unterhusen des unfest fesselbaren plus 150 prozent der furchtresistenz warm und bequem und ganz oben haben wir noch haten relikt plus 0,001 prozent kritische treffere ich bin ja so froh dass ich diesen gegenstand gefunden habe ich weiß nicht was ich ohne diesen gegenstand hätte tun sollen warum ist hier eigentlich ein fels mittendrin das gefällt mir jetzt gerade gar nicht kann ich den irgendwie ist das jetzt einfach nur so ein brocken der landschaft ist hier nichts bestes eingefallen ist hier einen brocken hinzusetzen ok hm ich weiß immer noch nicht wie ich hm meinen charakter auswählen kann na gut dann ist es halt einfach mal nur ihre runde außer es gibt noch einen zweiten teil ist natürlich auch was feines ach und hier ist auch nichts mehr drin ich kann die pötte nicht mehr kaputt machen das ist muss einfach warcraft sein falls nicht kuriert mich bitte oh ich glaube da hinten ist ein endgegner wenn wir auf die minimap guckt komm schon so ein kleiner endgegner also wenn das mir jetzt kein gottbodus eingehen dann weiß ich auch nicht komm schon bitch slap nächste bitch slap gottgleich mittel total ihr seid jetzt komplett ausgerüstet ihr fühlt euch schwer an ok was haben wir denn alles ehrenmedaille doppelte ep gewinnung für alle fälle ist immer gut sonnencreme der untoten und wir kommen jetzt ein sonnenbrand genau wie normal leute kriecher entschärfungssatz es hilft euch dabei kriecher am explodieren zu hindern vorausgesetzt ihr seid schnell genug das ist definitiv minecraft und und das könnte ach da habe ich doch meine spiel davon angefangen aber nie weiter durchgezogen ach wie hieß du denn ach gott ich komm moment moment lass mich mal kurz nachdenken wie hieß denn der nochmal ich komme nicht mehr auf den namen das spiel was war auch comics sein man war ein superheld und man musste tangas zerstören um die welt zu retten ich weiß es klingt verdammt komisch aber so war es oder so ist das spiel bei mir fällt einfach der name gar nicht ein wenn ich dran denke werde ich ein kleines beat werde ich es nochmal nach posten fahr ich mich jetzt muss ich den boss selber frei lassen na gut na gut ich habe nichts dagegen das böse raus zu lassen oh mein gott das hättet ihr wohl lieber nicht öffnen sollen na gut mein herr befahl mir euch einheit zu gebieten ok jetzt bin ich mir sicher das ist war curve das ist nämlich der lich king die schwarze seren wir müssen artha später besiegen wie geil schon bald wird er die welt beherrschen und ihr werdet seine armee befähigen die macht das heißt wird euch dieses mal nicht schützen seht ihr dem tod ins angesicht niemals 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 es aber 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 wer auf mich zu das mich noch alles mich nur ist mich nur dass mich in ruhe und jetzt ist es eher wörter vorgelegt Er kriegt mich nicht! Komm schon! Ich bin stärker als du! Wesentlich stärker als du! Du mundtoten König, ja? Komm schon, bitte, bitte! Nein, 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 hör auf klug zu sein! So, hören Sie auf klug zu sein! Komm schon, einmal noch! Irgendwo ist irgendwas passiert! Und das war mit Sicherheit das letzte Mal! Ist klar! Es wird immer irgendetwas passieren! Jetzt ist aber wirklich die Frage, wo? Das war's! Das war's! Das war's! Wir sehen uns beim nächsten Mal!